So, meine lieben Freunde, die Aufnahme läuft. Lass es geschehen zu den neuen Smite News hier bei mir auf dem Kanal. Unten in der Videobeschreibung sind ein paar Links, da könnt ihr auf die Facebook-Gruppe kommen. Da poste ich auch die neuesten News und Infos, die es auch immer in den Smite News gibt. Nur hier in den Smite News habt ihr das dann halt meistens auf Deutsch, weil ich da dann noch ein bisschen was zu erklären und das übersetze. Und so weiter und so fort. Aber die neuen Karten von Skins und so weiter werden auch immer da gepostet. Falls ihr Bock habt, auch mit mir Smite zu spielen, dann könnt ihr unten den Link anklicken, euch einen Account erstellen und dann seid ihr automatisch in meiner Friendliste. Und wir können zusammen spielen. So, dazu. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den neuen Skins, die in den nächsten Zeiten kommen werden. Das wird einmal Belohner sein. Da habe ich mir aber sagen lassen, dass das hier nur ein 250 Gemskin sein soll. Also so ein Recolor-Ding wurde mir erzählt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es stimmt, aber man wird sehen, was da kommt. Dann kriegt der Apouache auch einen neuen Skin. Nudecracker, irgendwas, keine Ahnung, wie der heißen soll, der Skin. Ich weiß halt die Namen alle noch nicht von den Skins, aber das wird auf jeden Fall auch ein neuer für Apouache sein. Der hat ja so süße, rote Ballerinas, die da für ihn rumtanzen, die er dann wieder vom Boden auflutschen kann. Die gute alte Scylla bekommt noch einen Skin. Warum sich die Leute dafür entschieden haben, Scylla jetzt wieder einen Skin zu geben, ist schleierhaft für mich. Aber sie bekommt auch nochmal einen neuen. Und dann gibt es den Janus, den Dubstep-Janus. Das wird das neunte Odyssey-Item sein. Das ist diese Musikbox mit dieser Musiknote drin. Das wird Dubstep-Janus sein. Auf meinem Kanal gibt es auch das Voice-Pack schon dazu. Das könnt ihr euch angucken. Oder besser gesagt anhören, wenn ihr wollt. Ob der Skin Dubstep-Janus heißt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird dieser Skin kommen und der wird so ein bisschen Dubstep-Musik drin haben. Dann gibt es eine neue Christmas-Arena-Map zu Weihnachten. Zu den Holiday-Zeiten. Ich weiß, ich hab noch keine Bilder davon. Ich kann also noch nicht genau sagen, was da reinkommt und wie das aussieht. Auf jeden Fall werden die Minions wieder verändert. Überall werden so ein paar Tannenbäume und so stehen. Und die Minions sind dann halt wie Schlitten-Dinger angezogen. So Weihnachten halt, ne? Und dann kommen wir zu dem neuen Gott Chiron. Der jetzt glaube ich sogar schon fast fertig ist. Die Passive und die Fähigkeiten sind nämlich raus. Das ist die Passive von dem guten Alten. Und Chiron's Passive ist Herbal. Ich weiß aber jetzt noch nicht, ob das... Da wird bestimmt noch was geändert. Er kriegt halt Healing-Bonus. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der Englisch kennt das auch noch nicht so krass. Ähm, also er kriegt auf jeden Fall, ähm, für so einen konsumten Stack. Also er kann sich halt selber healen. Seine Passive ist das, dass er, er healt seine Verbündeten und sich selber, wenn er eine Fähigkeit benutzt. So verstehe ich das jetzt. Ja, jedes Mal, wenn er eine Ability useet, the lowest health added within 30 is consumed in Polish. Ja, und, äh, jedes Mal, er kann halt drei Stacks sammeln und pro Stack bekommt er halt einen Bonus von 10%. Dann plus 50, plus 4, Gott Level, Gott Level über 5 Sekunden. Das ist so die Passive von dem guten Alten. Dann kommen wir zur ersten Fähigkeit. Das ist Training, Ground Target, Enemies and Allies, Physical Damage macht das und der Radius ist 17,5. Also, Sharon warns his teammates to evade the area, cleans them to they can't escape before they, before it explodes, explode damaging all enemies within. Also, ich stell mir das grad so vor, er macht halt irgendwas um sich rum. Ich kann mir das halt nicht vorstellen, ich hab die Fähigkeit noch nicht gesehen, aber ich kann erklären, was steht. Also, Sharon kann halt seine Teammates cleansen, also säubern von Effekten, Slows oder Stunts oder was auch immer. Weil da steht ja, er kann cleansen, cleans them they can't escape. Also, er reinigt die halt von Stunts und allem und die können entfliehen, escape, before it explodes, explodes damage all enemies within. Und alle Feinde, die drin sind, kriegen Schaden. Das heißt, vielleicht kann er, so wie Hell, die zwei zum Beispiel, sie kann ja die Leute cleansen, vielleicht kann er das auch so ähnlich machen. Oder das ist halt um ihn rum, das weiß ich halt nicht genau. Aber hier steht ja Ground Target, das heißt, die Ability kann er bestimmt irgendwo hinsetzen, seine Kollegen cleansen, dass die nicht mehr gestunt sind. Und dann geht's ab, können die wegreiten. Und Feinde, die drin sind, kriegen halt Schaden, wenn das Ding explodiert. Also, das soll irgendwie... Es soll irgendwie explodieren oder so. So verstehe ich das. So, dann kommen wir zur zweiten Fähigkeit von ihm. Das ist Master Fool Shot. Also, wenn er mit der Fähigkeit, Ability, das ist Kuhn, Enemy Gods. Und er kann damit Leute halt dotten, also so wie Hu Yi seine zwei Marken, er kann sie halt markieren. Und dann macht er halt die physische Protection, reduziert er halt bei dem Gegner bei 3%. Also, den Schutz, den man hat, den physischen Schutz, den man hat, reduziert er halt bei 3%. Ich versuche das halt richtig so in Deutsch zu erklären und nicht immer noch die englischen Wörter zu benutzen. Deswegen wiederhole ich alles immer ein bisschen, damit man das dann auch kapiert. Und... Das heißt, Gegner, die markiert sind, also er kann mit der Fähigkeit Gegner markieren, habe ich jetzt so gelesen, reduziert dann 3% physische Protection, also den Schutz, den sie haben gegen physische Schaden, reduziert er um 3%. Und wenn er das Ding dann aktiviert, fliegen, Seeking Arrows, also so, er schießt halt Arrows, Pfeile, auf die Leute, die halt getargett sind und nur die im Range sind und fügt denen halt Schaden zu und slowt die dann. Die Slow-Derate ist 3 Sekunden, Slow ist 35%, unten sieht man ja die Stats, das wäre seine zweite Fähigkeit, also markiert die und kann dann halt so Pfeile schießen, die die Gegner dann slowen. Chiron's dritte Fähigkeit ist Barrelling. Chiron gallops forward, damaging enemies, knocked up minions and kicking enemy gods behind him. Das heißt, er chargt in eine Reihe nach vorne, so stelle ich mir das jetzt vor, es ist ein Dash, steht auch drinne, Ability ist Dash, also Dash ist nach vorne sausen, Chiron gallops forward, also er reitet nach vorne, er fügt allen Gegnern, die in dieser Reihe stehen, Schaden zu, Minions werden zur Seite oder abgenockt, also in die Luft gehauen und Gegner, die vor ihm sind, die schmeißt er hinter sich. Damit wäre die dritte Fähigkeit und dann wären wir bei der Ulti. Die Ulti ist Ultimate, da ist noch kein Name, keine Ahnung. Also, Chiron is reward for teaching countless heroes by being transformed into a constellation. During which time he may fire his enormous bow, three times over great distance, even through walls. Also, wie ich das jetzt verstehe, ist, er verwandelt sich irgendwie in so eine, in eine Maschine oder irgendwas, was riesige Pfeile schießen kann. Er kann insgesamt drei Pfeile schießen, in einer Linie, die gehen auch durch Wände, macht physischen Schaden und die Range ist 120. Das heißt, er kann die Dinger richtig weit ballern. So, und even through walls, das heißt, auch durch Wände können die Dinger schießen. Falls er in seiner Ulti ist und getötet wird, kann er trotzdem in seiner Ulti die drei Pfeile immer noch schießen. Nachdem er alle drei verschossen hat, stirbt er einfach instant. Und dann ist er tot. Aber er kann vorher seine Ultimate noch beenden. Das heißt, wenn man in einem Fight ist, kann man echt kurz bevor man stirbt, seine Ulti machen. Dann stirbt man ja eh. Und vielleicht sogar noch, wenn der Gegner low genug ist, den die fetten Pfeile in die Fresse ballern, dass der stirbt. Das war's für die News von heute. Das auf jeden Fall zu den neuen Sachen, die kommen werden. Dann habt ihr jetzt mal die Abilities von Chiron gesehen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.